recht herzlich willkommen zur sechzigsten folge von towns ja wir laden unseren spielstand gerade noch und sind dann drin und ja ich mache dann mal hier den dingen zweck den da kommt schon den stein da drin der liebe korrifable wenn ich den richtig so ausgesprochen hat gesagt das geht nicht weil da der stein drin ist genau so ist es deswegen konnten die da gar nichts reinsetzen ich weiß nicht ob es machen ich sitze da mal gerade noch einen rein dann wollen wir hoffen dass es klappt diesmal gut aber unser problem liegt immer noch an der waffenproduktion die auch nicht funktioniert ja da wird schon der erdbrocken gebracht der da rein soll und siehe da funktioniert prima danke gut dann müssen wir hier aber noch jetzt umgraben da soll ja noch ein stück acker dann hin kriegen wir auch lassen einmal schneller laufen wenn es umgegraben ist kommt dann da auch noch ein getreide fällt hin gut dann haben wir das auch so was fehlt uns hier sind wir noch weiter am bauen mit in der höhe haben wir schon sozusagen fenster war glaubt bei möbeln ja genau da können wir ein fenster rein bauen so eins oder so eins ach wir machen wir so jetzt noch eins gucken wie das wird vielleicht geht fenster auch noch gar nicht weiß ich gar nicht okay wende wende stopp hier ist irgendwas im wagen da läuft nämlich nichts das heißt wir haben irgendwas und zwar ist es wohl ein angraf von zwei grünen schleimen super da brauchen wir uns jetzt keine sorgen machen sollte funktion das ist noch nicht ganz so zu bauen aber kriegen wir noch hin wenn diese reihen gleich zu sind okay wenn wir schon dabei sind dann kann man da auch noch eine reihe machen gut dann geht es da auch voran hier oben hat man auch schon ein bisschen gemacht sehr interessant da können wir auf jeden fall wende ziehen so und so und so und ja schwierig na das kann ich muss jetzt hier aufhört jetzt nicht wir kriegen da gleich das nicht richtig eingebaut konnte sein ne ja vielleicht müssen wir die ecke zerstören unlock können wir auch machen okay die sind kräftig hier am arbeiten passiert leider nichts irgendwelche waffen bekommen und da war es waffen fallen keine ahnung und dem gesetz ist klar waffengesetz also item construction würde ich ja jetzt sagen aber das hat ja auch nichts losgebracht über das wir probieren es nochmal von position 8 auf position 1 es gibt wieder eine unterbrechung und diesmal haben wir aber mehr angriff oder größeren angriff oder würde man sagen aber unsere leute sind ja gleich um die ecke und kümmern sich darum so wie es aussieht die alle zu schweinchen verwandelt auch schön ne dann gibt es halt schweinefleisch aber dem ist halt nicht so okay lauter so eine schleime ja ich glaube die haben wir alle kaputt gemacht kleinigkeit ne und das war der angriff auch schön gut wir haben hier noch happiness 97 alles gut müssten dann mehr zimmer haben um halt hier irgendwie ne mehr bewohner zu kriegen ist das jetzt gewollt das die frage ne wand flur wand zimmer würde gehen ne das jingles gleich bestimmt sofort da ist der jingle und wir haben mehr leute aber ich glaube ne 38 sind vier dazugekommen alles klar und runter auf 37 ja der erste bewohner hat seinen raum hier wohl gerade schon benutzt er wird nicht weiter gebaut weil wahrscheinlich doch holz ist da doch da wird noch gebaut ist da was durchgefallen das würde bedeuten wir können eigentlich auch hier jetzt die mittlere reihe machen und hier da ist noch da und von da nach da geht auch wenn wir schon dabei sind das geht auch gut alles prima hier haben wir gut gerödelt haben wir denn unten ja was abgebaut ach guck mal Eisen ist noch gar nicht abgebaut Kupfer, alles Kupfer wieso wird hier nicht weiter abgebaut das ist hier eine Frage Mining ich frage ob da was passiert das ist Kupfer das ist hier irgendwo und da unten ist noch was Kupfer äh Eisen jetzt wird es dunkel da ist auch noch was machen wir weg kohle nehmen wir gleich mit dann passt es schon mal Kupfer weiter geht's 55 hier bin es steigt weiter das dach ist bis auf einen platz zu kann ich das sehen ja geht da ist auch blau funktioniert alles funktioniert alles jetzt wäre schön wenn wir das mit dem Eisen noch hinkriegen hier ist nix so hier ist alles zu sollte man da noch überlegen noch weitere Zimmer auszubauen ja komm machen wir steinwand steinwand da geht nix mehr aber hier können wir definitiv noch ein Zimmer hinsetzen hier dann bis da bis da bis da dann würde da schon mit ein Zimmer mehr sein können wir haben nur vier Helden sechse gehen ach so die müssen wir ja unten machen wenn die Zonen ne äh Markt da ist die Taverne so da ist noch ein Raum mehr und die Steine werden auch gebaut mhm das Dach ist zu hier fehlt nur ein Platz und dann ja das mit dem Fenster wird etwas schwieriger so dann mal gucken ob wir das herstellen können da fehlt ja was Schmelze irgendeine Schmelze fehlt da eigentlich ne gut hier sitzen ganz viele und essen auch wie sieht es überhaupt mit Essen aus zwei Brote 28 Äpfel 18 Bieren also gut läuft gut mhm das Dach ist fertig da fehlt ein Stein und hier muss jetzt dieses Glasfenster noch hin ne was keiner weiß wo es produziert wird wahrscheinlich ne äh bei Tisch und Stühle war das da sind die Fenster was brauchen wir denn dafür Wood und Glas ok da müssten wir Wood und Glas haben ja die Karabernik kommt die ist aber noch nicht da also können wir noch ein bisschen laufen lassen und wenn die gleich da ist wollen wir hoffen dass die Glas mit hat ach so Glas müssen wir wahrscheinlich hier machen ne genau ach so das wäre Dauerbelegung ne einen Auftrag gegeben müssen wir da Harvest machen gute Frage ne Bambus mhm ah unsere Glasscheibe ist fertig ist da nur wieder gerade eine Pause ach so weil der Karawane da ist alles klar dann lassen wir mal laufen gucken gerade rein Rüstung kommen hier per Holzschmied rein äh Holzschmied auch gut ne drei Türen können wir gebrauchen ich nehme alles was wir gebrauchen können oder gucken was wir gebrauchen können ne also wenn dann waffentechnisch ne brauchen wir alles ne da muss ich wieder mal hochscrollen so 6.121 kostet uns der Spaß weiß jetzt gar nicht oh haben wir gar nicht so viel ne so geht dann nicht dann muss das Teure verschwinden geht immer noch nicht so das würde gehen 4 Waffen ach komm machen wir egal können wir wieder herstellen oder ok jetzt haben wir hochgesprollt ah da den haben wir schon aufgegeben in dem Sinn ah guck mal hier können wir auch noch was zu machen sollte ich machen irgendwie passt das gerade nicht irgendwie ist hier was faul ah da geht's nochmal die andere Seite dann auch ich glaube das müsste hier sein ah sieht gut aus alles klar dann bauen sie die auch da sind nochmal zwei Townies dazugekommen gerade 5180 alles gut also wird auch zugemacht das Loch auch super ja aber dann würde ich erstmal sagen soll es für die Folge auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn es wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid ich hoffe das Longsword ist jetzt vom Händler und nicht dass wir das gebaut haben ok bis dann tschüss bis dann 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 Vielen Dank.